Die Schweizerdeutsche Sprache ist eine Kuriosität. In diesem Video wollen wir Ihnen helfen, 10 Schweizer Begriffe richtig auszusprechen. Das Tast steht im Koppferdeli Jetzt habe ich doch Koppferdeli alles richtig gemacht. Grüssch 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 miteinander Kommst du jetzt auch noch raus? Schon! Herr de Pföll Herr de Pföll Mein Lieblingsessen ist Herr de Pföllstock Geilpfei Geil Geil Pfei Am Morgen esse ich gerne ein Geilpfei Kreisen Mäusen Kreisen Mäusen In meinem Kopf ist ein riesen Kreisen Mäusen Kaka-Lang Kaka-Lang Heute machen wir ein feines Fondue im Kaka-Lang Kyderkubu Kyderkubu Ich schiessen mein altes Zeug in Kyderkubu Bärtschermäusl 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 Zum Zmarke esse ich gerne ein Gesungsbärtschermäusl Fotzen 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 Meine Lieblingssendung ist World of Fotzen Bärtschermäusl Bärtschermäusl Bärtschermäusl